Vielen Dank. Vielen Dank. Liebe Kino-Speaker, diese werdet ihr in den nächsten drei Tagen nutzen. Innovation. Dazu braucht es einerseits... Wir freuen uns schon sehr auf Ihren Visionärsraum. Applaus Probleme gibt es nicht wirklich im Leben. Wir werden dann darauf zurückkommen, während meines Vortages. Ich habe selbst in meinem Leben schon sehr, sehr viele Probleme meistern müssen, jeglicher Natur. Vor allem in meiner Situation als Extremsportler, im Extremsportbereich. Ich beginne da nur 5 Minuten, damit du 8 Stunden und 5 Minuten brauchen darfst. Was glauben Sie, wie lange ich gebraucht habe? 8 Stunden, 4 Minuten und 59. Ich habe die Wette gewonnen, aber für mich war die Situation diese, dass ich gesagt habe, nie wieder rauf fahren. 50.000 Höhenmeter, was zum Glück sind. Man fährt zu Beginn in die kalifornische Wüste. Man fährt dann mit dem Akio-Ambus rüber. Dann fährt man eine Tour. Vielleicht geht es auch nicht daran, dass man vorbeigefahren ist. Ich wünsche mir auf Ihren Weg für die Zukunft viel Erfolg. Vielleicht sehen wir uns irgendwann wieder einmal. Vielen Dank. Applaus 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 Okay, danke. Applaus 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 Applaus